Zehner sind, tut's halt weh. Auf einmal irgendwas fettes neben dir steht, um 4.30 Uhr oder sowas. 2.6.8 wäre so ein Vierhälster schon mal hingefahren und hat dich gepusht. Keiner hat's gesehen. Zweimal even haben sie. Keiner ist auf meiner Bannliste. Nicht so die Platte. Jotiro, grüß dich. Wunderschönen guten Abend. Wunderschönen Nikolaustag. Okay, okay, wir sind aber relativ alleine. Lorraine kommt noch mit. Da ist oben schon so ein Mistvieh. Ach. Sein even. Der even. Pantera macht mir mehr Sorgen als der even, aber... Dir kommt aber jetzt hier schon das even-teil, ne? Ja, ja. Ja, macht mich direkt auf. Macht mich direkt auf. Und der andere kommt hier auf. Das ist ja noch ein Pantera, ist er ja auch noch, ne? Ich bin mal redouten. Lorraine gibt sich Suicide. Ja, das ist noch mehr, ne? Ich weiß nicht. Ich würde jetzt schon fast einfach mal wegfahren. Mach, mach, mach. Ja, dann komm mit. Dann lass uns beide wegfahren jetzt hier. Ich hab keinen Bock gegen so viele Viecher da. Ich hab auch nicht diesen Clip. Ne, Renegade bin ich noch nicht durch. Steht auch im Titel, welche Stufe ich hab im Moment noch 8. Lass den da oben verrecken, das ist halt einfach mal so. Schau mal, da ist schon der even jetzt. Vielleicht kackt die Art, die hat ja schon geschossen, ne? Lass uns hier einfach von hier aus easy farmen. Wir schmeißen uns das hier oben. Ja, ich stell mich sogar hier einfach. Muss man hier mal kommen. Machen wir jetzt gleich das Lorraine platt? Ja, ist halt so, tut mir leid von mir Lorraine, aber kann ich jetzt auch nicht helfen. Die Suh sollte noch zurückfahren jetzt mal. Ah, jetzt kommt der Conterra, da oben. Da hier. Okay. Schönen sie sich. Schieß doch auch. Ne, ich hab noch keinen klaren Schuss und ich will ihn außerdem reinfahren lassen. Okay, nice. Ich bin jetzt eh erstmal in Reload. Doch, der spottet mich nicht mehr, ja. Ist halt ein Heavy. Solange der ELC even da nicht ist. Na, die kollabieren auf beiden Seiten, also Damage können wir machen. Jetzt kommt der andere wieder. Da steht was davor, dass den Schuss getankt hat. Ja. Lol. Hä? Zwei Schüsse sind in den Boden wahrscheinlich gegangen. Na egal. Wie gesagt, wenn wir hier noch Achter haben mit Fuß, geht schon noch ein bisschen was. Ja, aber bald kommen sie halt auch von der anderen Seite, ne. Dann macht's fast Sinn, wenn einer oben reingeht. Mach du das, du willst da lange leben, halt. Ja. Okay. Also ich geh jetzt oben rein, dann ist es halt so. Für'n Farm. Ich weiß nicht, ob wir sie vielleicht so gehalten können, ne. Noch, ich bleib mal noch hier, dass ich jetzt noch nicht oben reinfahre. Aber zwei zu acht, eigentlich. Keine Ahnung. Ja, das ist schon drin. Na. Ja, ich fahr jetzt hoch, ich fahr jetzt hoch. Hör mal. Die kommen jetzt auch von der anderen Seite auch gleich. Vielleicht hält es auch nicht mehr. Ich mein, bei vier zu neun. Versuch einfach selber, auch noch ein bisschen Schaden zu machen. Ja. Das Blöde ist, hier oben ist die Artie drin. Das geht schon. Die Artie hat's. Versuche aber einfach noch lange zu leben, dann kann ich auch noch was machen. Ja. Ja. Na klar, ich will ja selber auch noch Schaden machen. Ja. Und du, ja, und solange du lebst, kannst du da noch ein bisschen was spotten, weil die Funktion, die Position funktioniert halt nur, solange du da lebst. Habe ich auch noch rausgeschossen. Ich habe erstmal Reload. 15 Sekunden. Ja. Das musst du machen. Komm, ich kann hier nur stehen. Okay. Ja, ich mach dann schon. Sag's mir, weil ich weiß, was ich beschießen soll am besten. Ich kann die Sue gleich. 5 Sekunden. Ich halte einfach nur hier oben. Ja. Ja. Einfach halten. Da steht ziemlich safe. Ne, ich krieg den nicht gepennt. Ah, warte, ich lad nach und dann farme ich den Scorpion, den kann ich einfacher pennen. Jetzt ist die Artie offen. Papier, weiter. 10 Sekunden. Dann ist der Scorpion für mich, der ist dann der nächste Farm für mich. Weil den, ich krieg den Jagdtiger da nicht. Gott, den schieß grad selber auch nicht. Jetzt musst du schießen. Nice. Habe ich. Muss wieder zugehen. Ich habe Reload. Warte. Wenn du noch AP hast, wir können hier den Jagdtiger noch machen. Ach du Scheiße. Wie viel hatte der noch, der Jagdtiger? Ich habe ein bisschen was abgezogen. Ich weiß nicht, drei Schuss. Es gibt noch eine unspottete Lorraine, ne? Ich habe noch Full AP, let's go. Warte mal noch, warte noch. Du bleib mal im Leben am besten. Ja, drüben. Ja, erstmal den. Lass mal den raus. Der geht for free. Und ja. Ich lade nochmal nach. Bin offen nochmal. Wahrscheinlich von rechts. Oder durch den. Ich weiß es nicht. Bin jetzt gerade nochmal aufgegangen. Ja. Die Lorraine fehlt halt noch komplett. Das macht mir halt Sorgen. Ich weiß nicht, ob die Lorraine halt hinter dem Jagdtiger steht, ne? Das könnte ein Bait sein. Die hat auch einen Kill. Das könnte ein Bait sein, das Ding. Und ich weiß nicht. Ich kann ihn halt nicht mit einem Clip nehmen. Das ist das Problem auch. Du kannst auch ganz außen rum fahren, ne? Ja. Das ist halt noch AP. Du musst irgendwas... Ich stehe einfach nur und spottet nicht. Ich würde schon außen rum fahren, aber was mache ich dann in meinem Reload? Der hat geplant. Was mache ich dann in meinem Reload, wenn ich ihn nicht kille? Ich kill den nicht. Und dann kriege ich die Lorraine ab und die Artie. Nein, ich kann jetzt außen rum fahren. Oh, jetzt verdammt ich. Gut. Naja, wegen der Artie bist du jetzt dann da. Shit. Ich würde halt gerne wissen, wo die Lorraine rumschimmelt. Ich krieg den halt nicht komplett gepusht. Der Charity halt jetzt mit drauf. Ja. Das wird er aber nicht machen. Dann bleib sofort hinterm Stein. Gut, das reicht. Ja, weil das sind halt Rolls, die... Wenn da jetzt Low Rolls dabei gewesen wären, da waren auch zwei dabei. Ein High Roll. Die hat's. Keine Ahnung, die Lorraine muss ja dann full HP irgendwo rumschimmeln. Ja. Ach ne, die hat keinen Kill. Ich hab's verwechselt. Ich seh's grad, die hat keinen Kill. Vielleicht ist er AFK. Wie gesagt, auf den anderen kann sich nicht verlassen. Der guckt in der Base einfach nur gerade raus. Guckt immer noch in der Base rum. Also jetzt wär's halt an der Zeit mal rauszufinden, ob das Ding AFK ist oder nicht. Oder auf geflippt oder so. Das ist komisch, dass die noch nie offen war, die Lorraine. Das ist schon mal gut. Bleiben wir nochmal nach. Der stand ja auch hinten auf dem Berg. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Der Jagdtiger hat mich halt dreimal nicht gespottet und dann war ich gespottet. Kann doch einfach sein, dass die wirklich hier hinten irgendwo steht nach oben drauf. Ja. Also es ist nur so ein... Ach, jetzt fährt er wieder zurück, das Charity Vieh oder was macht er. Ich will sie jetzt eigentlich nicht suchen gehen. Die kann mich ja komplett klippen, ne? 1300. Ja, da muss sie halt auch... Ne, 1350, ne? Ja. Geht schon mit Highroads. Aber muss sie erstmal schaffen. Ja, wenn sie hier nicht ist, dann geht's einfach in den Cap. Dann muss sie mit jedem Schuss 337,5 rollen. Das ist schon... Schon affig. Es kann schon sein, dass die AFK ist halt. Dann soll ich erstmal da hinfahren? Ich meine, wir haben noch... Da AFK ist die halt nicht, aber die ist halt... Ja, lass den Typen halt einfach cappen. Du gehst zu suchen für Gunmark und fertig, ne? Dann soll der jetzt cappen. Ich denke, dass sie oben drinnen steht. Ja, aber dann hätte... Ich weiß nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Lore da ist... AFK ist, glaube ich halt nicht. Ja, halt oben AFK drin steht. Ah, wir werden es nicht rausfinden. Ja, ich bin relativ confident, dass er nicht... ...137,5 rollt. Verschissen. Aber... Glaub ich nicht. Ja, kann sein. Kann nicht sein. Ist ja auch egal, da ist sie. Da ist sie da. Ist geflippt. Okay. Doch. Allergeschmeidig. Ja, das ist natürlich wieder ein Ende für ne... Für ein 3 Mark Game. Ja, lange noch gelebt. Und geturnt von... 1000 zu 0. Max ist auch da. Max ist auch da. Gott sei Dank, ey. Wir werden besser. Spass. Das ist ne Begrüßung. Hallo Max. Was geht? Liebevoller Tag. Liebevoller Spaß. Jens riggt sich mit der dritte Gun Mark. Ja, ich bin grad am riggen. Free damage. Ja. Live rigged. Dritte Gun Mark. Was? Skoda. Vom Skoda. Den Tierachter Skoda. Mit 8 Kills und 5000 Damage geriggt, Kappa. Easy. Easy. Da ist eine Lorraine im Gegnerteam, die in so ein Wasserloch reingestürzt ist. Und die konnte ich jetzt komplett abfarmen. Nice. Nice, nice, nice. Ja. Ja, ist ein Busy wie mein Game gestern. 60 TP mit 9930 Damage. Nice. Vielleicht auch einfach T10 One-Shot. Jo, 5000 Damage hab ich gemacht. Und 8 Kills. Naja, fühlt sich jetzt natürlich nicht so geil an, weil der letzte AFK war. Aber was soll's? Game gewonnen. Das hätte schon ohne den Typen wahrscheinlich auch. Das hätte auch schon ohne den locker gereicht, weil da war ich schon bei 4K Damage. Jetzt schauen wir halt mal. Wie lange geht eure Runde noch, oder? Wir sind fertig.